so herzlich willkommen beim stream ich wollte heute mal wieder ein bisschen im e3 spielen ich bin wieder ganz alleine konnte alleine nicht spaß mal gucken wie es läuft habe zwischen ebd mehr gespielt und habe jetzt auch mal meinen meinen rechner aufgesetzt das heißt ich müsste jetzt hier alle einstellungen noch mal neu einstellen und dementsprechend hoffe ich dass alles funktioniert nicht schreibt es ruhig in den chat aber es ist ja sowieso noch keiner da gespannt hoch das müssen wir ganz gut anpassen hier ist das schon wieder so groß das eine übrigens ist ein fanart das habt ihr auch unten drinnen ja in den zirkus unten so steht hier das hier hat uns jemals gemacht so ganz einfach so da könnt ihr mal auf das kleine bildchen klicken davon also das sind das sind mini quasi und dann kommt auf den channel jetzt aber erst mal mw3 ach so wird noch was hier im moment ja ich mag noch müsste noch alles hier wieder neu machen mit der software das müsste mir jetzt mal verzeihen ja hätte ich natürlich gleich machen können hoch ist also groß da immer alles live mit so wunderbar wunderbar da müssen heute mein mikrofon kegel eng so hoch hier und hat mich gerade ein bisschen naja wie gesagt wenn man es nicht stimmt schreibt es in den chat ich würde gerne auf servern spielen eigentlich das level 67 bin ich ok was haben wir denn hier für blöde klassen das muss ich mir auch nochmal alles machen komm schon werbung geh weg super ihr habt bild sehr gut sehr gut sehr gut so nun gucken wir jetzt erstmal hier klassen editor das passt schon alles wo kann man nicht hier nochmal seine zum beispiel hier mal die kacke kann man auch weg mal fliegen klatsche kommt es passt hier im leben nehmen wir den mini tank hier so ja level 80 müssen wir jetzt noch werden server option hier übrigens ja ich spiele mw3 in einer geringeren qualitätseinstellung als zum beispiel mw2 weil das ist echt so ein behindertes spiel das so schlecht programmiert ist dass es wirklich schlecht läuft die grafik ist glaube ich sogar schlechter habe ich das gefühl manchmal taktik crouch habe ich mal gespielt so filter volle zeigen nein ihre zeigen nein das wort nein ich würde gerne waffenspiel spielen aber ich schätze mal finden nichts das ist ja ein bisschen doof Jetzt werde ich auch noch angerufen Moment bitte Moment bitte Moment bitte So sorry das war der Paule Die kommt bald her und müssen hier was ausdrücken Also So mal gucken So was will man denn jetzt hier ProMod ProMod Das ist als sehr wirklich ein gutes Feature was hier an dem B3 Markt das es standardmäßig als Server mitbringt Auch wenn es immer wenig Server sind aber Zumindest Ist das besser Man hatte diese Modis wie Waffenspielen So ist schon ganz cool Huch Alter Kann man sich hier vierter View einstellen irgendwo Kann man nicht Ich wünsche uns den Scheiß hier mal an Weil das geht ja mal gar nicht Ich Ich Will jetzt mal die Kickmasphäre Gut Aber noch einer hinter mir Dreck Ich weiss der sind Igel auch immer Der Der Möbel ist nur von Rotz Mit Damit Mit Ich Was Genau Das 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 Da Da Alter, das ist so scheiß mit der Desert Eagle. Ohne Witz. Das Ding trifft ja nichts. Ah, kommt dir mit der Spaß an, Alter. So ein Dreck. Jawohl. G18, endlich. Ah, Mann, da kommen sie von allen Seiten. Oh. Ich kenne die Map gar nicht mehr. Wie ist immer von hinten gekommen? Ohne Köpfe. Zu fünft sind wir hier. Ich spür's wirklich, vielleicht. War da schon eine oberste Waffen dran, aber... Ist sie tot? Ich hasse diese Javelin, Alter. Vor allem auch, wenn ich da mal in den obersten Waffen rankomme. Moment, der kann ich hier nämlich gar nicht umgehen. Genau. Gib dir mir einen Headshot oder was? Was will ich jetzt fehlen? Hm, klar. Pum, Junge. Pum, Junge. Wie ist noch... ...ein bisschen was geholt, damit ich ihn später in die Runde bekomme? Ach, das ist unbehindert mit der Travelling. ... Uuuuuhh Wer mag So, wir spawnen als 100 Pro irgendwann in der Nähe da eine haben wir schon mal seit die hohen Köppe das schwor klar das sporklau hätte die der satel ist so behindert ohne witz guck doch mal jemandem nicht trifft das ist voll für den arsch ja genau irgendwie zwei sind die so gut die der satel ist hier sind sie so behindert endlich meine wieder muss man sich damit anschleichen wenn was trifft die 18 zieht hier auch übers das war das kackspiel wo sind die mongos hier sind die mongos hier ist falsch da vorne ist wohl einer da stirb doch nicht ich sondern du weißt du der ist doch hübschen da oben noch die mongos die mongos die mongos ich habe ich gehört mein freund die runde kann ja lange dauern die runde kann ja lange dauern da wird wohl eher die zeit früher beendet sein als das hier die runde die runde Crown die runde die runde die runde die runde ja noch eine da kommen noch eine ich bin auf dem app gar nicht mehr aus da kann man auf allen maps außer die die von m2 geportet sind so was ist terminal nicht terminal ist doch auch noch hier durch die einzige map die so das ist wie mit nuktern black ops reihe überlebt wenn ich mich nicht ganz irre vielleicht auch noch andere maps aber vielleicht sehen wir heute noch stream geht so bis circa 16 uhr übrigens weil ich noch ein bisschen was zu tun habe ich glaube es liebsten oma gucken dreck das überprüfen ob das städte überhaupt noch geht weil geht noch na gut ich habe durch die wand erschossen jungen haltet die scar die verzieht ja so krass wir holen uns jetzt von der seite ich werde da messern können wir uns ja was wenn waffen runde zurückgefallen irgendwie irgendwie das ist ja alles muss hier hat direkt habe ich noch gehört hallo Dominion spricht es richtig aus Dominion Dominion meine Güte ich habe jetzt hier mal dritter platz stirb doch nicht ne ich spiele m3 auf den servern gibt ja auch standardmäßig server muss man halt nur aktivieren ist ein bisschen versteckt ist ein bisschen versteckt aber es gibt halt von m3 in sich aus auch server und so ein server browser und hat es halt äh gun game hier ja das ist ein sehr leerer server ne nein kriege ich nicht so bleib doch stehen ne dreck 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 ich habe es heute mal wieder installiert ich habe es heute mal wieder installiert das war eine miese runde dreck dreck jetzt vergessen dich da zu verstecken junge die sicht im stream ist komisch ja ich gucke gleich nochmal nach ich musste wie gesagt alles nochmal neu einstellen nach der runde gucke ich nochmal nach alter da ja dort der platz hat da wird dreck wenn die gleich nächste die die gleich nochmal raus ja ja spiel verlassen so jetzt gucke ich mal nach was du meinst während das wirklich komisch sorry das habe ich ja nicht gesehen die sind zu groß so stimmt hat auch peinlich wollte daran an wie drei habe ich erforderlich wollte gewann für mb3 habe ich gerade gar nicht nur für mb2 weil du kannst du dich auch hier gerne mitspielen sonst müsstest du jetzt runterladen und installieren ich gerade ein bisschen zu faul aber mal gucken ich kann ja mal gucken hat das kein kauftes mb3 das war ja wieder klar wie fünf m mal und 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 Check in Gamestorm WTF So, download Ich guck mal hier irgendwie Wie alt bist du? 17, äh, fast 18 Oh Was ist denn jetzt hier, bin ich völlig idiotisch? Das können wir mal löschen Ähm, extrahieren Und hier werde ich mir drei nochmal schließen für So, das soll jetzt in den Ordner Ja, ausführen Hier, wir finden 5M ist only supported in combination with in English Game Version Hm Na, mal gucken Boah, ist das warm Junge, Junge, Junge So Jetzt möchte ich bloß mein Login Zeugs wieder wissen Ähm Neun Gucken Hä? Achso Achso Na, ich weiß Stimmt ja, ich hätte das ja geändert Du könntest dann nicht mit mir reden Du meinst, weil du nicht streamen und Spielen gleichzeitig kannst Oder was? Kannst du ja ins Stream auch stoppen oder so Oder mich ins Team enden und dann So So Klappt das jetzt mal hier Tch Alter, ich... Ich bin zu jung Hä? Was bin ich denn da mit dazu? Und... So Alter, ich weiß Mein scheiß Passwort nicht mehr gerade Naja Noch kein Stimmbruch, ja Deshalb kannst du nicht mit mir reden Hm Ja, gut Äh Äh Ja, das von ME2 ist klar, aber Ich weiß es gerade nicht mehr Ach, scheiße Hm Hm Das könnte es noch sein Äh, ne, ich finde es schon... Äh, ich kann es ja auch resetten schnell, warte Ja Ich vergete mir noch was wird So, komm Submit So Jetzt kommt die E-Mail natürlich ewig wieder nicht hin Äh 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 Hallo E-Mail, könntest du mal ankommen ... Da brauche ich mir ein bisschen Musik an der Entwissen. Ich weiß, Emil kommt nicht. Da brauche ich es noch neu. Moment. So komm, Emil jetzt. Ja, da müssen wir uns, ich kann es ja noch mal versuchen mit dem Passwort. Wobei jetzt geht es doch gar nicht mehr, wenn das Passwort ja. Ah, das war das Passwort. So, nein. Zug auf Zulassen. So. Hallo, könntest du nicht mal wieder öffnen? So. Da, 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 da. Hallo, mv3, öffne dich doch mal jetzt hier. Oh, ich bin mal zu schließen. Fans erschließen. So, nochmal. Jaaa. Alter. Hm, ich speichere die Anmeldedaten nicht. Komm schon jetzt hier. So. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein Bild. Hallo. Alter, wie ist immer im Menü am Anfang leckte. Jetzt krieg ich auch nur Nachricht, meine Güte. So. So. Ich hab kein Bild. Moment. Hm. Heute ist echt so ein Tag, wo ich hier manchmal ausrüsten könnte. Ausrasten könnte, meine Güte. So. Oh! Oh! Ich spiel. WTF. jetzt ein bild ja wunderbar dankeschön selber ja alter select extreme menü irgendwie verstehe ich gar nicht was passt schon mit dem reden müssen wir noch nicht kann ich dich jetzt irgendwie als freundin zufügen oder und legt denn die kacke so im menü jesus christ ja tut mir leid wir können jetzt auch nichts sich immer so aufhängt im menü ein bisschen kackes von purchase in anführungsstrichen auch geil server ja okay dann schlag mal ein vor internet internet am besten auf filter gehen wenn ich mal was anklicken könnte spielmodus gibt es hier neue gibt es auch nur die normalen team deathmatch mhm na gut team deathmatch ja komm ja wie gesagt es hängt sich immer auf alle paar sekunden und hardcore und passwort auf her hat kommen ich noch was machen wenn ich das darf in m3 das zulässt heute noch hardcore aus so kann ich dann mal jetzt hier die filter weg machen hallo weiter so kommen dann ordnen wir mal nach spielanzahl ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht U-Turn kenne ich gar nicht. Dann kommen wir mal hier auf den Terminal, X4 Terminal Server, wenn ich dann mal aufklicken darf. Dankeschön, ME3. Halleluja. Na komm. Bei dir kommt der nicht. Hast du noch Spiele angeordnet? Und ich hatte auch Leere und Volles Server hatte ich auch aus. Und Passwort und Hardcore, höre ich aus. Ich glaube sonst nichts, oder? Ne. Natürlich ein bisschen doof, kann man da nie eingeben, kann man das nicht. Aber da brauche ich auch hier ewig, um zu verbinden irgendwie. Vielleicht gehe ich doch noch auf den anderen. Also wenn ich jetzt ingame ausleckt, dann kann ich aber leider nicht spielen. Also das ist ja, das ist ja ranzig. X4, also X-4, F-E-A-R, und dann Terminal. Vier für Angst im Englischen. Meine Güte, wie lange dauert das denn hier mal zu verbinden? Ja, Escape, geht da nicht mal. Ach, jetzt geht's doch. Ja gut, Escape. Dann darf ich vielleicht mal wieder auf Server klicken, Dankeschön. So, ähm, Team Death ist immer noch drin. Ja, Team Deathmint ist immer noch drin. Äh, An Sachen Server an, suche ich den. Also natürlich, wo mindestens zwei Plätze frei sind. XF-4, nee. Wonach hast du denn geordnet? Ah ja, da X-XF, X-4, Team Deathmatch. Nee, Terminal, hä. Die haben ja mehrere Server offenbar. Terminal, Terminal, Terminal. Mann, ich würde gern mal suchen, aber irgendwie leckt es ja hin mir nicht, wie wir rösten. Ja, Terminal. Äh, X4. Loll. WTF? Komm schon, ich will dann nur auf den Server. Also, die Lecks hier im Stream Hub sind nicht, hier Terminal. Sind nicht im Stream von diesem... Spiel. Ja, wir gucken, ob ich raufkomme oder... ob es wieder Ewigkeiten dauert. Komisch. Normalerweise habe ich diese Lecks im Menü nicht. Hm. Ich glaube, es könnte eine Weile dauern hier. Ich mache mal inzwischen die Ventilator und es ist ja nicht mehr feierlich. Moment. Ja. Aber hope ist ja auch gehört. Ja. Ja. Wie ist das? Ich mache dir die Lecks. Das ist ja genau crown. Wasser ist ja auch jetzt� GR . So, da bin ich wieder. Jetzt habt ihr vielleicht ein bisschen Rauschen durch den Ventilator, aber ich schmelze hier wenigstens nicht. Es geht nicht Ewigkeiten hier. Alter, voll, ey. Verbinden. Also ich vermute eher, das liegt nicht an der Connection, sondern daran, dass es dadurch im Menü immer leckt, hängt es hier quasi immer auf und dadurch braucht es doppelt so lange. Ich stelle nicht, warum das so leckt. Das ist voll gemein. Ich stelle nicht, warum das so leckt, warum das so leckt, warum das so leckt. Wenn es jetzt ja noch ewig dauert, dann kann ich leider nicht spielen, nur wenn ich es tun würde, aber man muss ja auch irgendwas bieten. Ich warte jetzt noch ein Minütchen. Sonst muss ich vielleicht noch mal eine B3 switchen. Ist das spannend, yeah. Also wenn ich die Lex wegkriegen würde, würde es sicherlich gehen. Also die Lex im Menü, alter. Also bei dir dauert das wohl nicht so lange. Willst du reden, naja. Das Stream ist dort sowieso nicht mehr so lange, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. In der Fall lohnt sich das auch gar nicht mehr so richtig. Zeitüberschreitung bei Serververbindung. Du spielst schon, ja. Ich kann leider nicht spielen. Das will irgendwie bei mir nicht. Ich muss mal gucken, ob ich bis zum nächsten Stream das mal hinkriege. Ich glaube, ich brauche die englische Version. Ich muss mir das in die umstellen. Weil da stand nämlich, dass es eigentlich nur für die englische Version geeignet ist. Das heißt... Wir switchen wieder auf das stinknormale MB3 um. MB3 öffne dich doch mal immer aus der Task-Leiste, das will ich immer nicht öffnen. So, komm. So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein Bild. Kann ich hier nicht mal das Schirm mir anzeigen lassen. Können wir schon mal suchen. Hier, komm noch mal hier. Public-Dings. Mal ganz nochmal. Duell-Listen, schwierige Listen, Standard-Listen. Schluss bestätigt, komm. Natürlich findet er nichts hier, der Mungo-Kopf. Ich hoffe, dass wir noch Team Dürfen spielen können. Oder was? die ich mir auch noch gekauft habe tut mir leid vielleicht kriegen wir zum nächsten mal hin dass wir zusammen zocken können oder du kopf sie haben 1.3 legal kostet ja nur auch nicht mehr so viel so alter jetzt es findet ja nicht mal team death mit raus kann man hier nicht auch irgendwie waffenspiel spielen man kann infiziert spielen aber auch sprung zu spieler auch keine schwein mehr oder so kommen aber team der match findest du jetzt wenigstens kann man nicht sein dass hier kein schwein spielt das ist doch call of duty okay das stimmt ja hier gibt es ja auch waffenstufen habe ich schon ganz vergessen was soll ich für scheiß klassen drinnen alter scharfschützengewehre ich glaube die msr war die beste oder sekundär das schnur war das war mein erstes cod und ich hatte wirklich überhaupt keinen plan von allen sachen darum sind die klassen auch so richtig behindert manchmal icholithic natürlich heute auch klärung tro aufklärung pro Ziemlich schneller, rüberhanden, totenstille, genau, totenstille brauchen wir natürlich auch. Also irgendwie findet der ewig kein Spiel hier, ich glaube ich muss gleich nochmal. Diese Seite gar nicht, achso hallo Alex übrigens, wir sind auch im TS, aber im Moment ist halt wenig los, aber ich kann gerne TS kommen gleich. Dann nehme ich noch Unterstützung einfach hier und nicht mit Drohne. Alter, was habe ich für behinderte Klassen gemacht? Ja komm, die schaffe ich eh nie hier, oder? Boah, die Luftgeschütz, Abwurffaller, pfff, da komm ich schon wieder hier. Weil dann haben wir gar nichts an, äh, den Staffband bauen wir noch mit. Todeserie. Wie behindert die Todesserien noch hier sind, guck mal. Hier, setzen sich vor dem Tod C4 ein. Ähm, ja, pff. Nehmen wir Vergeltung mit. So. Das wird endlich mal eine vernünftige Klasse auch. Auch wenn es Sniper ist und ich übelst abkacken werde, ich finde kein Team Deathmatch hier. Ist ja schlimmer als ein MV2. Kann man nicht mal seinen Ping anpassen? Ne, kann man nicht. Das letzte Woche im Urlaub, wo warst du denn? Dieses Christ. Wie spät ist es denn eigentlich? 16 Uhr, naja. Halbe Stunde geht noch. Yeah. Achso. Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass man hier nicht mal Team Deathmatch findet. Um die Uhrzeit auch noch. Vielleicht sollte ich irgendwie zwei Nummer neu starten. Ich verstehe es auch nicht. Äh, dürfte der MV3 doch eigentlich, ich starte nochmal neu. Aber dürfte der MV3 doch eigentlich mehr gespielt werden als MV2 noch. Weil es ja noch neuer ist. Mal gucken. Start nochmal neu. Ja, komm, mach schneller hier. Ja, stimmt. Ja, stimmt, MV2 wäre immer beliebter, aber irgendwie MV3 wurde doch eigentlich noch mehr. Wurde MV3 nicht noch mehr verkauft? Ich weiß es nicht. So, jetzt mach doch mal hier. Kann doch nicht wahr sein. Oh, du findest das ein Spiel. Drei Spieler. Wahnsinn. Was ist denn halt los hier? Muss ich auf den Server gehen? Ja, wenn du jetzt nichts findest, dann gehe ich auf nochmal in den Serverbrowser und suche mir irgendeinen normalen Team Deathmatch oder Abschlussbestätigt-Server, weil es sowas überhaupt noch gibt. So, man sieht nix, ja, bin auch ein Idiot. Sollte ich vielleicht auch umstellen. So, ob der jetzt Bild. Jetzt müsste ich eigentlich ein Bild haben. Okay. Das eine Bild ist übrigens von Headfixer, das ist weiße. Hat er gemacht für uns. Tja, aber mal gucken. Warte ich noch ein Minütchen. Die Server sind sowieso besser. Das ist eigentlich eins der coolsten Sachen in der MW3, dass es standardmäßig Server gibt. Ja, ich wollte halt bloß ein bisschen Public, weil auf Server und Spielen halt auch relativ Aber ich sage mal, wenn die m Muito hingol ceph. Dann gibt's dann das unbedingt Spielen.